so herzlich willkommen zu einer weiteren folge i am red mit dem herr dream text diesmal den wir mal so in der letzten folge knapp kurz und knapp in die aufnahme geholt haben warum ich bin die marmelade wieder ja bei einem anderen level und ich habe keine ahnung wo der toaster ist ach dahin gibt es auch nutella ja aber was was klebt der marmelade weil ich muss jetzt erst mal hier den rest noch buttern marmeladieren wie heißt es sonst so ich habe die marmelade begafft und bin ich bin halb rot also die tage habe ich noch mit marmelade begafft ist geil gott was spiele ich hier eigentlich so ich bin rot egal tage habe ich bekommen jetzt geht es zum toaster wo auch immer der ist also eine wo soll ich denn hierhin verdammt hübsche schauspielerin fotos da oben auf dem regal da haben wir zielwände zum schießen der bowlingkugel ich sehe aber nur ich sehe nur eine fette heizung aber keine ahnung wo haben wir so immer da drauf ja das ist jetzt gute frage ne wohin du bist aber voll die hilfe ja geil dass ich klebe sogar an der couch ach so bin oben auf der couch jetzt tun wir mal darüber vegetieren und dann da und dann steuerung nein 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 das ist so interessanter spiel es hat so einen simplen sinn aber es macht einfach spaß das musst du einfach selber spielen macht ihr ein toast ich finde es lohnt sich ich finde es gut das gibt es doch nicht das ding hat auch ein eq von toast realistisch so ich bleibe mal hier kleben ich habe keine ahnung wo ich hin muss ich kann auch an der decke entlang gehen kann man auch der weit nicht so gut der sprung ja nee nee zu ich fall gleich in die couch schritze kannst du mich dann da wieder raus fischen ist noch essbar vielleicht ich mache dann auch mal eine aufnahme pause ich muss mir noch ein paar filme für morgen kümmern morgen ist nämlich tv abend mit der freundin natürlich liebe männer da draußen macht film abende mit der frau das klappt immer oder steht einer auch steht einer auch auf film abende die sind gut ne hört sich sehr überzeugend an muss ich sagen ja ich will silber bekommen dein tabletten hast du genommen ne brauch ich nicht mehr brauch ich nicht mehr verliegt das mit so einer psychopathischen stimme brauche ich nicht mehr nein blöch ich komme hier nicht mehr raus ich komme hier paar touren nicht mehr raus wenn man gerade bei der freundin ist nehme ich noch auf ja aber gleich fertig zehn minuten so das ist jetzt eine gute frage ne wie komme ich hier raus kann ich neu starten oh ja are you sure to want to restart gold was gold gold alter schwede das heißt krippbonus und neue reifen gold und aktuelle fahrzeugstufe 74 soweit schon ja das geht ganz schnell die fahrzeugstufe so wieder die marmelade begaffen oh mir hat hier was aufs team geschaffen halt nein nee zurück ich will nutella ich will ein nutellabrot werden das ist meine berufung so erstmal hier und so und dann na ich lerne laufen gerade bin ja noch jung ist noch ein junges nein und ich bin auf dem boden ii pantoffeln fui so und auf die couch nein komm hoch das will was haben wir denn hier noch so in st louis st louis bist du wo ist dann bloß hin achte aber ich werde erstmal mit der story weitermachen bis ich endlich meinen galliado hab dann können wir von mir aus rumfahren äh ich würde mir davor noch andere autos kaufen ne bis du den galliado hast dauern stimmt so also wenn du mit dem auto fährst schaffst du irgendwann einfach nicht mehr die rennen das ist eher das problem du musst ja auch der in der zwischenzeit andere autos kaufen das ist ja doof mein erster wagen sollte eigentlich der lamborghini werden ja ich weiß doch logisch ist das nicht normal ah du hast die roboter stimme aber egal gut ich glaube ich mache mal eine aufnahmepause ich komme hier letztlich gerade weiter hänge irgendwo in der ecke fest brot in der tostritze äh na brot in der tostritze eierpaarung was kommt da raus kraust du raus oh Gott schablettenkäse brauche ich noch und ich bin auf dem Boden gut ich glaube das war dann der nice gut wir sehen uns dann irgendwann mal wieder ob ich irgendwann wieder folgen mache weiß ich nicht das sind jetzt vier folgen glaube ich gewesen mal schauen